Freunde, mit der Code POKEMON sparst du jetzt 20% auf unsere Merchandise und kannst coole Pokémon-Korten gewinnen. Link in Beschreibung. Champion Afrim, Champion Boschkim, Pokémon. Komm, fangst du alle, komm und fangst du alle. Glumandori hat sich entwickelt zu Glutexori und dann zu Gloroki, als eine Pokémon Ash angegriffen hat. Gloroki, deine Karte aus Basehead kostet 50.000, ich verkaufe dir. Wer ist dieser Pokémon? Das ist Jackie Chinny. Jackie Chin. Nach Entwicklung von Gloroki, hat Ishi herausgefordert die nächste Arena Meister. Willst du bo auf die Fresse? Wir werden eins gegen eins kämpfen. Ich werde kämpfen mit Gloroki. Hitachi! Hayoken! Gloroki hat Kajoken eingesetzt. Gloroki wird bestimmt gleich zum Super Saiyan-Gin. Gloroki wird bestimmt gleich zum Super Saiyan-Gin. Gloroki, los! Kamehameha, jetzt! Gloroki, hat deine Rücken! Gloroki! Springst du mit ihnen zusammen in diesen Vulkan und bringt euch um, dann gewinne ich diese Orden! Bravo, Gloroki! Hä? Beide Pokémon sind tot! Ich habe gewonnen, Arena Meister! Gloroki, dreh dich im Kreis wie mein besoffener Onkel auf Hochzeit! Gloroki! Yes, Vikabibi! Schmeiß ihn auf Boden! Gloroki! Gloroki! Und wieder Knockout! Bigachi! Ich ziehe meine Paracke vor dir! Den hast du dir wirklich verdient, Ash! Gib sofort her! Wir sind fast Pokémon Champion! Nachdem Eshi mit Gloroki den Arena Meister in diesen Vulkan auseinandergenommen hat, geht es für unsere Freunde weiter zur Pokémon Liga, um Pokémon Champion zu werden. Ob Eshi das schafft und wie diese Abenteuer weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Jo Freunde, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen, Freunde. Freunde, das war die vierte Folge von Wenn Pokémon eine albanische Serie wäre. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Nichts vergessen zu liken, zu kommentieren und Gloroki aktivieren. Und Freunde, wir haben eine riesen Aktion für euch. Wir haben ja schon im letzten Pack Opening gesagt, alle Leute, die sich jetzt Merch kaufen, unsere Merchandise, an alle diese Leute werden alle Karten verlost, die wir in diesen Pack Openings gezogen haben. Und Freunde, wir haben einen 20% Gutschein für unseren Merchandise, der Gutschein lautet... Pokémon! Pokémon, einfach diesen Gutscheincode im Shop eingeben, dann spart ihr 20% und ihr habt die Chance, alle Karten zu gewinnen, die wir in den letzten Pack Openings gezogen haben. Und vielleicht, Freunde, könnt ihr auch noch diese Karten gewinnen, die werden wir am Mittwoch ziehen. Alle Karten werden verlost, Freunde, und danke für euren Support.